Oh, bin ich froh, dass der Kindergarten wieder auf hat. Das waren die längsten sechs Wochen meines Lebens. Ich schwör's dir, ich hätt's keinen Tag länger ausgehalten. Stell das hin! Ah, ich hab irgendwie total die dicken Möpse. Ey, nicht, dass ich schon wieder schwanger bin. Räum sofort dein Zimmer auf! Uh, der sieht gut aus. Den nehm ich auch. Hände waschen, Sehne putzen, ab, bis, bis! Was ist denn los mit dir? Du, keine Ahnung. Aber ich tippe auch schwer auf Eltern, Tourette. Jetzt gib dir noch Schwester doch auch mal den Ball!